Diese Übung ist speziell, um die Annahmetechnik zu lernen und auch die Bagger-Technik mit zwei Side-Steps, die möglichst im Nachstellschritt ausgeführt werden und nicht im Überkreuzschritt. Der Bandzug von der Seite unterstützt die Stabilität im Rumpf, die Stabilität im Knie und zwingt dazu, eigentlich den Side-Step machen zu müssen, also einen Doppel-Side-Step. Die Stabilität im Rumpf